Ja, das ist immer sehr emotional. Ein wichtiger Meilenstein. Ein toller Moment heute, dass wir mit allen Teams hier zusammen sind und diesen kleinen Meilenstein ein bisschen feiern können. So, today is our Key Lake Ceremony Day. It's one of our main milestones, so it's very important. And we will have the speeds there. And finally I will ask persons to place the coins under the kill block. When all the coins are there, we will lower the block. And the lucky coins there below the block will ensure that we will have the successful construction time and also the luck in operation later on. It's a very special day. Sie können sich vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt in so einem großen Schiff. Und dieser Tag ist ganz besonders auch mal innezuhalten und zu feiern, was wir geschafft haben bisher. Und natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns. Und da freuen wir uns drauf, weil es immer ein spannendes Projekt ist. Und wenn das Schiff dann fertig ist und das erste Mal aufschwimmt, das ist natürlich der nächste emotionale Moment, dem wir jetzt entgegenfiebern. Das Thema Nachhaltigkeit war und ist uns immer ein Anliegen gewesen. Das war schon bei Gründungen von TUI Cruises so. Und insofern sind wir natürlich jetzt sehr stolz, dass wir mit dem siebten Schiff tatsächlich einen richtigen Schritt weiter gehen. Und nicht nur die Energieeffizienz noch weiter verbessern, sondern dieses Schiff auch in der Lage sein wird, mit Methanol betrieben zu werden, mit grünem Methanol. Und damit sind wir auf unserem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt einen großen Schritt in die richtige Richtung unterwegs. Tatsächlich ist es so, dass wir an dem Farbkonzept was gemacht haben. Also es geht mehr in dieses tückisene, ein bisschen gelb. Das sieht man im Vorhang. Über den Stuhl unterhalten wir uns noch gerade, wie viel gelb da rein soll. Und es ist so, dass das alles so ein bisschen cleaner geworden ist. Das sieht man an den schwarzen Handels hier zum Beispiel. An den verschiedenen Bereichen immer so kleine schwarze Elemente. Alles ein bisschen moderner nochmal. Aber es ist auch so, dass hier sich noch ein bisschen was ändert. Zum Beispiel haben wir hier kleine Spanten. Die werden in der Produktion, in der fertigen, nicht mehr vorhanden sein. Wir haben noch ein weißes Paneel da hinten. Das wird dann nochmal zu einem Holz ton, damit es so eine ruhige Gesamtfläche gibt. Die Mein Schiff 7 ist schon buchbar. Insofern kann man die Produktion ein bisschen schneller machen. So dass wir Zeit haben, um die Assemblungen zu kennen. Und dann werden wir die Produktionstelle erhöhen. Und wenn wir in vollem Schwung sind, werden wir über 130 Kappings pro Woche produzieren. Das ist also eine sehr große Menge. Die Mein Schiff 7 ist schon buchbar. Insofern kann ich jedem nur raten, der als erstes auf dieses wunderschöne neue Schwesterschiff gehen möchte, schon mal online zu schauen oder im Reisebüro zu fragen. Und ich würde tatsächlich für den Sommer 2024 dann durchaus mal buchen Richtung Norden. Das sind ganz tolle Routen, die wir da ausgearbeitet haben. Ich bin kolumn Alden. Ich bin über 3 Stunden. effettungslos die Ostentat ende schº Мы 얘는 300 cont многоladen. Aber es wird natürlich sehr gut. Einmal kurzal.